hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zur nächsten Folge Minecraft W6 mit mir Sig Elsus wir haben letzte Folge einen kleinen Kohleflöts gefunden und wechseln gerade den Fußboden aus ich finde dass das Gericht etwas prunkvoll aussehen kann nicht zu sehr prunkvoll weil wir finden uns ja noch im Mittelalter deswegen können wir ruhig ein bisschen auf die Kacke hauen hallo das ist falsch so 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 wir haben keine Schwarz-Eichenholz mehr alles klar haben kein Schwarz-Eichenholz mehr gucken wir mal ob man noch irgendwas haben mit den Truhen ja hier oben sind noch 64 das müsste eigentlich reichen ich guck trotzdem noch mal in die Truhe ähm 64 reicht auf jeden Fall zack 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 da muss nämlich fertig schau doch gar nicht mal so schlecht aus finde ich so und hier machen wir noch den da machen wir noch den da können wir auch noch mal so und hier steht jetzt eine Werkbank die gehörte natürlich nicht hin können könnte man das so gestalten und hier ein paar Fackeln draufsetzen hier Fackel da Fackel und da und da bisschen symmetrisch dann könnte man hier eine Fackeln setzen Moment das machen wir so und so hier wie so eine Art Kronleichter das gleiche machen wir dann hier an der Stelle und an der Stelle muss ich meine Etage höher gehen hier zack upsala das ist aber immer nicht sprintet bleibt mir da drinnen hängen und da ich hätte einfach hier rüber gehen können ne aber man kann es sich auch schwer machen Fall das coole ist ja oh ne das geht hier nicht das geht hier nicht ok das haben wir so gut wie möglich ich wollte Glas holen weiß nicht ob ich Glas habe sonst müssen wir mal Glas noch ein bisschen produzieren nope nope glas scheiben glas scheiben glas blöcke also hier ist sand 1 2 3 4 1 2 3 4 ich tue mal hier in die Üfen da ist sogar noch Kohle drin ist gut 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 so meine lieben Freunde haben wir das schon fast erledigt in der Zwischenzeit wo das hier brutzelt tue ich nochmal die obersten Ränge erstellen dazu bräuchte ich alles was ich Inventar habe plus noch ein bisschen Fichtenholz bretter die habe ich dort gesehen die habe ich hier gesehen genau da 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 la 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 ist 5 hoch oben kommt dieses rein haben wir noch ein bisschen Füllstoff anderen Füllstoff anderen Füllstoff zack sand ist wertvoll gerade mal in dem Zeitpunkt hier so dann brauche ich hier die Cobblestine Treppen habe ich die Werkbank wieder abgebaut ne die habe ich hier im Inventar die habe ich doch im Inventar so ich mache immer mal ein bisschen mehr ja ich dass er euch wundert das heißt Füllstoff wenn wir ihn dann im Endeffekt doch nicht brauchen so das war die Seite die andere Seite wird ein bisschen anders 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 erst so machen wir erstmal so dann kommt die Treppen nicht hier hin sondern hier das hast du jetzt da super hinbekommen hier Tante geh mal raus Dankeschön so nehme ich einfach mal den Koppelstein zack 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 kommt hier das hin ne Moment kommt hier das hin kann man von hier aus hier reingehen und sich das ganze von oben anschauen und dazu haben wir hier Zorn genau hier ist er genau macht Sinn so können wir dann hier zuschauen alles klar machen wir erstmal bis dort hoch so ungefähr so so ist er ne da noch einen und dann gehen wir mal rüber Autsch ist eigentlich perfekte Musik hier machen wir es eben von unten kommen wir ja grad noch so ran das ist natürlich jetzt ärgerlich wie kommen wir jetzt hier hoch von außen ne von außen von außen so 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 jetzt 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 geht es alle alles klar guck mal es wird eh grad nacht da beende ich erstmal die Folge mach mir nochmal einen kleinen Grübelköpfchen kann man gleich hier schlafen und sage mal bis zur nächsten Folge Ciao Ciao Dank fürs Einschalten und